Ohne und Moinsen zu diesen VfB News, das ist ja wieder Zeit, hat sich ein bisschen was gesammelt. Ich glaube diesmal nicht so krass viel, dass wir jetzt über die Stunde knacken, schauen wir mal, aber eben vor allem dann, sag ich mal, mehr Klasse als Masse, doof gesagt. Also wichtigere und größere Themen, aber dafür halt nicht so viele, würde ich sagen, legen los mit Verein als Überkategorie und da erster Unterpunkt Testspiel, hatten wir natürlich auch wieder eins gehabt, 2-1 Sieg im Testspiel gegen Vitesse Arnheim, dritter Testspiel Sieg in Folge, ehrlicherweise muss man da sagen, ja, das erste richtig ernst zu nehmende Testspiel, der erste in Anführungszeichen Härte-Test, sag ich mal, quasi offiziell im Trainingslager, aber wir wissen ja, abgebrochen, dies, das, also wurde es verlegt, aber quasi läuft in die Trainingslagerwoche rein und wäre auch sonst dort gewesen im Trainingslager in der Woche in Österreich. Ja, 2-1 Sieg, ich habe tatsächlich das Spiel nicht so aktiv gesehen, auch wenn es auf YouTube lief beim VfB, aber ich habe es nicht so aktiv angeschaut, weil es das Karas so eine schöne Hütte gemacht hat, schöne Kombination zwischen, ich glaube, Führig und Jong war das und dann am Ende war Sanko derjenige, oder Perea? Perea, Perea war derjenige, der dann über Dini gedrückt hat, 2-1 Sieg nimmt man mit gegen Vitesse, da war ja letztes Jahr noch Sanko hin ausgeliehen, vielleicht hatte ich deswegen gerade den Hänger mit Sanko, ja, nimmt man mit, Testspiel Siege immer schön, tun den Jungs bestimmt auch gut, müssen wir aber, glaube ich, generell, wir haben jetzt ja noch ein paar, aber müssen wir, glaube ich, auch generell nicht überbewerten. Letzten Sommer haben wir, glaube ich, absolut jedes Testspiel gewonnen unter Materazzi und dann war der Saisonstart ja eher durchwachsen, um es mal schön auszudrücken, von dem her schön ist das Ding gewonnen haben, würde da jetzt auch, keine Ahnung, euch anlügen, wenn ich da jetzt noch mehr zu sagen würde, was man gesehen hat, wir pressen auch weiterhin da, man sieht mittlerweile echt eine recht ordentliche Handschrift auch von Hoeneß und ja, hoffentlich baut sich das einfach noch mehr auf Richtung Saisonstart, vor allem Richtung Bundesligastart dann in 2-3 Wochen. Nächste Testspiele sind wir bei heute quasi direkt, weil heute Mittag, ich gehe mal fest davon aus, nachdem ich hier das Video hochgeladen habe, läuft das Vorbereitungsturnier in Heimstetten von München gegen Gladbach und 1860 München, läuft auch auf Sky, könnt ihr euch anschauen, Sky Sport News, weiß gar nicht, ob das sogar kostenlos ist für alle, keine Ahnung, ob man da fürs Abo braucht, auf jeden Fall sind das 60-minütige Spiele jeweils, VfB um 16.15 gegen Gladbach und um 17.30 dann gegen 1860 München. Kurztrainingslager habe ich hier auch ganz kurz mit drin, weil das auch so ein bisschen Gerüchten war, dass Hoeneß durchaus damit liebäugelt, vielleicht nochmal ein Kurztrainingslager zu machen, nachdem wir das erste Trainingslager in Österreich, keine Ahnung, runtergebrochen zweieinhalb Tage waren oder so vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Einvierteltage. Durch den Regen und alles haben wir auch schon besprochen, aber von dem her könnte das vielleicht Sinn machen, ich frage mich, wie man das dann einbaut. Jetzt haben wir heute schon den Samstag mit Heimstetten, nächste Woche haben sie noch dann das Testspiel in England und dann die Woche drauf ist schon Pokal. Also mein Kurztrainingslager kann auch heißen, einfach wir gehen kurz von Montag bis Mittwoch, also es wird bestimmt irgendwie gehen, bin immer gespannt, würde bestimmt Sinn machen, so die ganze Teamgeschichten, dass die Jungs sich noch näher kommen, der Kader eben noch mehr zusammengeschweißt wird. Ich glaube, Trainingslager ist bestimmt nichts, was von der Wichtigkeit unterbewerten darf, was das angeht, was die Mannschaft angeht. Weltmarken ist der nächste kurze Punkt, wurde ja alles besprochen auch schon, Porsche steigt ein, MHP Arena, dies, das. Da ist natürlich jetzt ein bisschen Wirbel reingekommen, sage ich mal, fast überspitzt gesagt, weil es eben noch nicht offiziell ist, ist noch nicht offiziell durch das Ding. Die haben damals auf der PK oder während auf der PK gesagt, das wird bis Ende Juli wahrscheinlich unterschrieben sein offiziell. Jetzt haben wir Ende Juli und es ist nichts passiert und es sieht auch nicht so aus, es wird noch quasi in den ein, zwei Juli-Tagen noch was passieren. Aber auch da, es sollte kein Grund zur Sorge sein oder sowas, weil das schon ganz klar besprochen ist, dass das unterschrieben wird, für Final Signing und Closing abgeschlossen werden hier schön Fachbegriffe, natürlich immer schön auf Englisch, muss sein in dem Business wahrscheinlich oder generell in jedem Beruf mittlerweile alles irgendwie auf Englisch zu klatschen. Deswegen, und auch da hieß es immer wieder raus, gerade auch wenn so Größen wie Porsche, Mercedes, MHP und der VfB sowas unterzeichnen, so eine Absichtserklärung unterzeichnen, da passiert sowas auch. Weil die haben ja auch keinen Bock darauf, schwer zu hören, ja, was war denn das jetzt hier quasi für eine groß inszenierte PK am Ende, ist doch nichts passiert, ist ja auch für deren Ruf scheiße. Also, ja, ist nervig, dass er eingekündigt wurde, mit einem Zeitraum eingekündigt wurde, noch nichts passiert ist, aber so wie es überall berichtet wird und wie es so rüberkommt, dauert es jetzt halt, ist nervig, aber wird auf jeden Fall nicht mehr scheitern, das Thema. So, nächstes ist Trikotsponsoring, wir machen weiter bei so Vereinsgeschichten, die halt auch einfach mal langsam fertig sein dürfen. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt eigentlich der einzige Klub in Deutschland, der das noch nicht am Start hat, weil Schalke hat jetzt ja Felddienst zurückgeholt, oder Felddienst-Comeback als Sponsor auf dem Trikot. Wir haben noch keinen Trikotsponsor, wir haben auch noch keinen Ärmelsponsor, wir haben auch noch kein zweites Trikot veröffentlicht, wir haben auch noch kein drittes Trikot veröffentlicht. Darf langsam mal passieren, soll aber auch langsam mal passieren, deswegen die News hier hieß wieder, ist halt da wieder das Thema, Werle gibt einen Zeitplan vor und erzählt was, wann was passiert, mal gucken, ob das so stimmt, jetzt mal ganz böse gesagt, aber ja, diese Woche noch ein abschließendes Gespräch führen, also das Artikel von dieser Woche, vom 26. Ja, mit mehreren Firmen oder Unternehmen sind sie da im Gespräch. Interessant scheinbar auch, dass seitdem eben diese Ansage kam auf der PK nach dem Motto, ey, hier, wir bauen was auf und kommt doch mal ran, regionale Firmen und sowas, sollen wohl noch mal neue in die Runde mit reingekommen sein, die davor noch nicht dabei waren in den Gesprächen als Trikotsponsor. Also das hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt, finde ich schon mal sehr stark, das zu hören. Auch ausländische Unternehmen sind im Gespräch, wie gesagt, Aussage hier von Werle im Interview, dass diese Woche ja abschließend Gespräche geführt worden sind und dann geht man von nächster Woche aus oder eben die Pokalwoche, also nächste Woche oder in zwei Wochen, auf jeden Fall wollen sie das Ding noch natürlich logischerweise durchbekommen vor dem Pokal und dann normalerweise, ich habe gerade das Balingen-Trikot nicht im Kopf, aber normalerweise sollten sie dann zumindest auch mal das zweite Trikot auch noch raushauen vor dem Pokal, weil es ja gut sein kann, dass du in dem Auswärts-Trikot spielen musst, dann in zwei Wochen. Auf jeden Fall scheint das sich auch so ein bisschen was zu tun in der Thematik. Stack-It habe ich hier ganz kurz mit reingenommen, weil es halt so Twitter-Gerüchte-mäßig ist und Twitter-Insider-Info, also immer mit Vorsicht zu genießen. Aber Stack-It ist hier ein Name, soll wohl da mal kurz mit drin gewesen sein, dass sie möglicher Hauptsponsor werden eben für das Trikot. Jetzt gerade das Update oder vor ein paar Tagen das Update, dass der Deal mit Stack-It nicht zustande kommt, aber ja, keine Ahnung, lassen wir uns einfach überraschen. Wichtigste ist auch, klar, gibt es auch Scheiß-Sponsoren, gibt auch Sponsoren, die auf dem Trikot besser aussehen oder schlechter aussehen, die regionaler sind oder nicht regionaler. Aber am Ende des Tages natürlich mit das Wichtigste einfach im Fußball ist ja so, dass der Trikotsponsor eben auch das angemessene Geld zahlt, was sich der VfB vielleicht auch vorstellt. Da war ja auch Mercedes immer recht hoch dabei, sogar in der Liga, glaube ich, was Trikotsponsoring angeht, den Betrag, wenn wir bekommen haben. Deswegen mal gucken, was uns da erwartet. Und noch mehr Bock als auf den Sponsor habe ich auch so langsam mal auf ein zweites Trikot, auf ein drittes Trikot. Ich würde gerne unseren gesamten Trikotsatz sehen. Die VfB-Stiftung ist der nächste kurze Punkt, wurde veröffentlicht, haben sie wohl schon vor einem Jahr oder so angekündigt oder schon länger her angekündigt. Vogt und Werle vor allem sind das gewesen. Jetzt ist das Ding durchgekommen, also quasi ein Versprechen, was sie erfüllt haben. Auch schon mal schön zu sehen. Ja, auch zusammen hier quasi mit Stuttgart, Baden-Württemberg, ganz groß, ganz groß aufgebaut, das Ding hier in Richtung, ja, einfach auch gesellschaftliche Themen, Sport, Bildung, Erziehung, Gesundheit, Umwelt, Klimaschutz, Wohlfahrtswesen, bürgerschaftliches Engagement, Wohlfahrtspflege. Und ja, die wollen sich einfach hier nochmal, ja, einfach zeigen, dass man da ist, den VfB in seiner Größe eben auch dafür nutzen, für sowas nutzen. Ja, Menschen bewegen Menschen. Das war schon immer so, steht hier in Baden-Württemberg, gibt es zahlreiche und herausragende Beispiele von Menschen, die durch ihr soziales Engagement viel bewegt haben. Beim VfB steht der Mensch im Mittelpunkt, denn Menschen sind unser größter Wert, egal welchen Alters, Herkunft oder Religion. In Cannstatt verwurzelt, also um das ganze Ding geht es da einfach doch wahrscheinlich durch Projekte und so weiter eben einfach zu unterstützen und seiner Größe und seinem Namen irgendwie auch gesellschaftlich noch mehr gerecht zu werden, sage ich mal, aus seinem Standing. Thema Standing, Khedira ade ist der nächste Punkt. Das kam vielleicht so ein bisschen überraschend. Beratertätigkeit von Sami Khedira für den VfB erfolgreich abgeschlossen, hat der VfB gestern rausgehauen am Freitag. Ja, im September 2022 kam Khedira als Berater zum VfB, viele inhaltliche, strukturelle und konzeptionelle Anstöße gegeben, von denen der VfB in hohem Maße profitiert hat, also das Zitat von der VfB-Webseite. Ja, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, kann ich nicht bewerten, die, also nicht seriös und tiefergehend bewerten die Arbeit von Khedira, weil ja auch keiner so richtig mitbekommen hat, um was der jetzt da genau gemacht hat. Man hat gesehen, er ist auf jeden Fall recht präsent, war bei den Spielen dabei, war hier dabei. Was man leider auch gesehen hat oder was zumindest berichtet wurde, dass er auch einer da vorne dabei war, der Missintat, ich sag mal in Anführungszeichen, vertrieben hat. Gab ja, glaube ich, mal das Gerücht, dass er ihn irgendwie öffentlich als Arschloch betitelt hätte oder dass das irgendwer halt gehört hat, weil es ein recht lauter Austausch war scheinbar. Ob das stimmt, ist da auch wieder in den Raum gestellt. Aber ja, scheinbar, oder viele böse Zungen würden behaupten, auch er ist ein Grund oder auch er wurde geholt eben in der Beraterthematik, um das mit Missintat noch weiter vorzutreiben. Sagen ja generell viele, dieses Beraterding generell, weil eben Missintat überhaupt nicht irgendwie mit eingebunden wurde, das war dann Werle Alleingang hinterm Rücken von Missintat, dass das generell so ein Zug war von Werle, um eben das vielleicht ein bisschen noch weiter anzustupsen, dass Missintat keinen Bock mehr auf den VfB hat. Aber wie gesagt, böse Zungen, sag ich mal. Ja, Khedira kann sie nicht bewerten. So als Berater fällt mir schwer. Generell das Thema mit Khedira fällt mir schwer, weil man da, glaube ich, ganz klar Spielerkarriere und Berufskarriere trennen muss. Als Spieler, ich bin seit 2006 dabei beim VfB, als Fan, sag ich mal, seitdem ich sechs Jahre alt bin und da ist Herr Khedira so mit, mit das Aushängeschild, mit der Größe, mit Leuten wie in Gormis natürlich auch, was die Karriere angeht, was das Ding VfB angeht, so als junger, als junger, siehste den, als junger Spieler, junger Hobbykicker, wie auch immer, siehste den da aus der VfB-Jugend hochkommen, dann holt ihn irgendwann noch Jose Mourinho zu Real Madrid, dann wird er Champions League, ja Champions League auch, aber ich meine eigentlich eher Weltmeister und so Geschichten. Generell ist somit das Größte, sage ich mal, was aus dem VfB hervorgekommen ist, seit ich dem VfB verfolge. Deswegen tut das schon weh, dass das jetzt überhaupt nicht so richtig gut rüberkam, die ganze Geschichte mit der Beraterthematik. Er hat bestimmt gutes Honorar bekommen, Beteiligungs- und Sponsorenkohle auch. Der wird das nicht mit dem Hungerlohn gemacht haben, wahrscheinlich auch. Also schwieriges, schwieriges Thema. Es könnte ihn wohl auch zum DFB führen. Auch das könnte vielleicht ein Grund sein, schon für das, in Anführungszeichen, frühe Ende kommen wir gleich dazu, weil da haben wir da leider VfB pur in der Thematik. Aber hier, Kicker schreibt es auch, seit Januar beim DFB im Gespräch. Ja, geht hier um Rolle von einem Sportdirektor mäßig. Mal gespannt, ob da dann irgendwann Vollzug kommt oder noch mehr Gerüchte dazu kommen, dass Kedira zum DFB geht. Hier nehme ich, wie er gerade angesprochen, angekündigt, Kommunikation. Kommunikation beim VfB. Weil in dieser Meldung, in diesen Meldungen vom VfB zum Kedira-Ding, steht auf einmal drin, dass hier die Zusammenarbeit war vertraglich auf die vergangene Saison begrenzt und endet nun einvernehmlich. Problem nur, wir sind VfB-Fans und die können auch manchmal recherchetechnisch ziemlich weit gehen, wobei man da wahrscheinlich gar nicht recht weit für gehen müsste. Aber Zitat rausgepackt, eben von damals, als er kam aus einem Artikel, wir haben einen gemeinsamen Fahrplan, bla bla bla, aber er ist jetzt erstmal die nächsten mindestens eineinhalb Jahre Berater des Vorstands. Das heißt, damals sagst du mindestens eineinhalb Jahre und jetzt bei hier erfolgreiches Abschließen, muss man im VfB glaube ich auch nicht mitgehen, aber sie haben es als erfolgreiches Abschließen betitelt, steht auf einmal drin, ja, war auf ein Jahr begrenzt, auf eine Saison begrenzt und endet nun einvernehmlich. So was jetzt, anderthalb Jahre mindestens oder war klar, dass es nur ein Jahr ist? Das ist wieder das Thema Kommunikation, aber ist auch nicht das erste Mal leider, muss man ja sagen. Und zum Schluss noch, NABU Klimafonds, der VfB wieder was, hier quasi auch gesellschaftlich einfach Wichtiges veröffentlicht, ein Artikel dazu, der VfB unterstützt die NABU Klimafonds, leistet mit einer freiwilligen Zahlung für nationale und internationale Moorschutzprojekte, einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Dann das nächste Thema, das die letzten Wochen immer wieder dominiert hat, auch in den VfB News, Alexander Nübel. Alexander Nübel, es ist nun offiziell durch, trotzdem natürlich hier ein bisschen was durchgegangen, zu ihm und nochmal ein bisschen Meinung zu dem Transfer von Alexander Nübel. Sky berichtet hier weiterhin davon, dass er auf Teile seines Gehalts verzichtet. Rund zwei Millionen Gehalt zahlen wir ihm für das eine Jahr. Nübel damit in der Gruppe der Topverdiener, außerdem rund eine Million Leihgebühr. Der Kicker schreibt von rund 800.000 Euro Leihgebühr, was ja auch in das Thema rund eine Million ja auch passen würde. Interessant ist halt, dass die Bild von drei Millionen Gehalt spricht. Ja, keine Ahnung, was da jetzt genau stimmt. Wir nehmen einfach mal die schönste Option, sagen 800.000, das sagt die Bild übrigens auch, sagen 800.000 und nehmen die zwei Millionen, die hier gehaltenmäßig, damit es am wenigsten Kohle ist. Viel Erfolg für das kommende Jahr am Neckar. Ist irgendwie auch ein schöner Satz von den Bayern in der Twitter-Nachricht, dass Nübel zu uns wechselt für ein Jahr auf Leihbasis. Und interessant, er bekommt die 33. Direkt natürlich, also instinktiv bei der 33, sofort Mario Gomez im Kopf. Ganz klare Geschichte. Aber jetzt der Keeper mit der 33 am Start. Alexander Nübel wurde offiziell am 25. Juli. Auch er in seiner Veröffentlichung, Verkündigung hat sich auf die Fans bezogen, hat Bock aufs Stadion, auf die Stimmung. Ist natürlich auch irgendwo einfach eine Richtung, die jeder Transfer oder jeder Neuzugang einschlagen kann, weil du damit sofort die Fans abholst. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich das feiere. Natürlich aber trotzdem auch irgendwo das klassische Gelaber mittlerweile, in Anführungszeichen, sage ich mal, ohne es runterbewerten zu wollen. Aber irgendwie trotzdem auch ein schönes Zeichen, dass wirklich gefühlt jeder, der hier neu herkommt, irgendwie einen Satz zu den Fans auf jeden Fall mit reinnimmt. Manchmal auch sogar im offiziellen Statement. Sehr interessant. Hier Carrie Howe, also das ist die Meldung von Sport1, dass scheinbar Crystal Palace aus der Premier League noch ein sehr spätes Angebot gemacht hat. Scheinbar hatten die auch im Raum gestellt, ihn richtig kaufen zu wollen. Aber natürlich auch Laie mit Kaufoption. Auch hier das Gehalt wäre höher gewesen als bei uns in Stuttgart. Aber die Bayern scheinbar laut Sport1 wollten lieber die Laie ohne Kaufoption zum VfB. Auf jeden Fall sehr interessant, weil wir wussten ja bisher, Konkurrenz war Zweitligist, Leeds United aus England. Oder halt wir. Jetzt kommen wir mal, Erstligist, Premier League mit Crystal Palace kam noch spät dazu. Aber wahrscheinlich war man auch schon, weil es ja scheinbar auch heißt, spätes Angebot. Vielleicht war man auch schon so weit, dass man gesagt hat, komm, wir ziehen das Ding jetzt durch. Aber wenn er so Stimmbarsport einschreibt, dann auf jeden Fall auch ein positives Zeichen, dass alle auf diese Laie Bock hatten. Weiterhin natürlich auch ein Thema ist, wie es jetzt weitergeht auf der Torwartposition. Da muss man jetzt sagen, dass natürlich Simon dann nächstes Jahr ganz klar ein Thema wird. Auch da natürlich interessant. Nübel sofort gesagt, dass er durchaus beeindruckt war von Simon. Und ja, dass er den Wechsel super attraktiv findet, Nübel Aussage. Das Team habe laut ihm viel Qualität und Potenzial dabei. Und ja, muss man ganz ehrlich sagen, das könnte echt ein Win-Win werden. Das könnte ein Win-Win machen. Jetzt gehe ich in meine Google-Notizen rein, mit den ganzen Stichpunkten. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie zusammen. Sehr interessant finde ich auch, dass ich vom Gefühl her finde, dass Nübel und Gerasi so ein bisschen ähnliches Fan-Empfinden hatten vor der Ankunft. Ich glaube, bei Gerasi war auch keiner so richtig krass gehypt, sage ich mal. Ich weiß nicht, die Geschichten von wegen, oh, war das nicht der, der in Köln mal einen Ball aus dem Halbmeter über das Tor gejagt hat. Und ähnlich ist es irgendwie auch bei Nübel. So, war das nicht der, der irgendwie dann, ja, beim Bayern nichts gerissen hat, der sich irgendwie auf die Bank gesetzt hat oder war das nicht der, der hier und da mal einen Fehler hatte oder so? War das nicht der, der mal irgendwie der Neue Neuer ist und jetzt hängt er irgendwo beim VfB rum? Also dem kommt schon irgendwie, ich glaube auch von Bayern-Seite aus oder von vielerlei Seite aus, also Bayern-Fans-Seite aus, kommt schon recht viel, nicht Hate, aber so ein bisschen Höhen oder Hohn irgendwie entgegen unter den ganzen Insta-Posts oder Twitter-Posts öfter mal, eben von der Verkündung, dass er zu uns geht für ein Jahr. Deswegen, auch da ist, glaube ich, ein ganz, ganz klarer Fall bei Nübel von jetzt erst recht oder von jetzt zeige ich es euch, weil das muss er auch. Natürlich auch hier weiter in die Planung gerade schon angesprochen, Simon nächstes Jahr dann vermutlich, wenn alles optimal läuft, denke ich, ist das der Zeitpunkt, wo dann Simon eben die Nummer 1 bekommt, die Nummer 1 übernimmt, weil dann hätten wir die Situation Nübel ein Jahr ausgeliehen, ohne Kaufoption kehrt es in Bayern zurück. Bredlos-Vertrag, kommen wir gleich nochmal dazu in einem anderen Part, aber Bredlos-Vertrag läuft ja auch nächsten Sommer aus, 2024. Das heißt, du würdest quasi aktuell mit Simon als Nummer 1 darstellen im nächsten Sommer und das, glaube ich, auch der Plan, wie sagt er, im Optimalfall, der Junge ist aktuell noch 17, nächstes Jahr ist er dann 18 vor der neuen Saison, immer noch natürlich ein junges Alter, aber wie man auch gesehen hat und wie man, glaube ich, auch rüberkommt in ganzen Planungen, der VfB hat den fest im Plan, fest im Plan, deswegen wahrscheinlich auch hier gesagt, Nübel, wir kaufen dich nicht oder wir bauen nicht meine Kaufoption ein, sondern wir ein Jahr jetzt, auch da nochmal für beide hoffentlich im besten Fall Win-Win-Situation. Die Bayern sind ihr Nübel los, in Anführungszeichen, aber natürlich im besten Fall, um alle Parteien anzuschauen, kriegen die Bayern einen Nübel zurück, der eine starke Saison gespielt hat und eben einen Markt hat, vielleicht ja sogar auch im ganz krassesten Fall dann doch ein neuer Ersatz vielleicht Kandidat wird, aber wahrscheinlich eher ein Kandidat eben wird, der dann so gut gespielt hat bei uns hoffentlich, dass er beim Bayern im Sommer mehr Markt hat, um eben auch wirklich einen festen Wechsel zu bekommen, einen fixen Wechsel. Das ist klar, das ist natürlich auch der Punkt für Nübel selbst, der wird ja auch hier Vollgas geben wollen, um sich eben in Schaufenster zu spielen für nächsten Sommer und für uns natürlich auch ein Jahr, ein bisschen Übergang, Müller abgegeben, Bredlow war immer klar, was er irgendwie Konkurrenz bekommen soll, Simon, fest in der Planung drin, jetzt bekommst du für ein Jahr im besten Fall, wie gesagt, eine Top-Saison von einem Top-Torhüter da hinten drin, einen Plan, das kannst du danach weiter planen, plus natürlich auch für Simon vielleicht, weil da muss ich auch sagen, klar, Nübel ist jetzt nicht, nicht irgendwie, ich sag mal, Qualität oder irgendwie in die Richtung von, wie man so oft sagen würde, nach dem Motto, Ulreich konnte oder könnte viel von Neuer lernen oder so als zweiter Keeper, wenn du verstehst, was ich meine so, aber ich glaube, rein aus dem Thema, du bist ein Top-Talent, du bist jung, du bist Torwart, du bekommst vielleicht bald früh die Nummer 1 und du stehst früh als junger Keeper, als Stammspieler im Tor bei den Bundesligisten, das kennt alles Nübel, auch diesen Umgang damit vielleicht, die Erwartungshaltung damit, den Umgang mit der Erwartungshaltung damit, das kennt ja alles Nübel, kam ja auch als Top-Talent hoch von Paderborn nach Schalke, da früh Bundesliga gespielt, früh Kapitänsbinde, dann da Chaos, Abstieg zu den Bayern und so Geschichten, ich glaube, da kann auch Nübel gut oder in den Bereichen gut auf Simon einwirken, auf jeden Fall und bei Simon muss ich auch sagen, wenn der jetzt diesen Sommer schon reinschmeißt, ist so ein bisschen die Frage, ist 17 Jahre alt und wenn das eben schief geht, was macht das mit dem, ich glaube, wir Fans hätten da gar keinen Stress damit, also wenn du sagst, ich werfe Simon rein und der macht da mal ein, zwei Fehler, ich glaube, uns Fans würde das nicht interessieren, wir würden, glaube ich, eher noch aufbauen, so sind wir ja, so schätze ich uns ja ein, aber ich glaube, ihn persönlich dann eben, wenn du ihn so früh reinschmeißt, 17 Jahre kannst du ihn auch schon recht früh verbrennen, sage ich mal, deswegen halte ich es auch durchaus für richtig, dass du noch ein Jahr, noch ein Jahr wartest damit und krasserweise, und krasserweise da aber, im Podcast stattgehört, scheinbar war man oder ist man von Simon wirklich komplett überzeugt und es wäre, während wir eben in einer anderen Situation, hätte es gut sein können, dass du Simon jetzt schon als Nummer 1 reinwirfst, was sie vor allem natürlich gedacht haben, was ich auch für sinnvoll erachte, ist eben, ey, guck mal die letzten Jahre an, guck mal den Abstiegskampf an, in so eine Situation, in so holprige Saisons, da einen 17. Keeper reinschmeißen, schwierig, kannst du in so eine Situation auch sowas bringen, überhaupt, den reinzuwerfen und zu sagen, ey, jetzt haben wir ein Jahr mit Müller, was nicht so gut war, dann so ein 50-50 Jahr quasi Müller und Bredlow, was auch nicht vollens überzeugend war auf der Torholtposition und dann geben wir einem 17-Jährigen das Ding, also scheinbar hätten wir, würden wir vielleicht irgendwo im Mittelfeld rumschimmeln, irgendwo auf 11 und 12 in entspannte Saisons spielen, hätte es vielleicht sogar sein können, dass Simon jetzt schon reingeworfen wird, wie gesagt, ich finde die Planung eigentlich so vollkommen in Ordnung, den, ja, für nächstes Jahr, vielleicht auch übernächstes Jahr, aber ich hoffe mal nächstes Jahr fest einzuplanen, Müller jetzt für eine Saison zu holen, zu Müller auch selbst nochmal ein paar Statistiken, auch da nochmal gerne in Portkantstadt reinhören, ist jetzt ja zurück aus der Sommerpause, auch auf YouTube mittlerweile, meinen VfB-YouTube-Kanal, sehr, sehr gerne abchecken und da, ja, bessere Gegentorquoten hat er als Müller und Bredlow und auch Kobel, also immer natürlich auf die VfB-Zeit bezogen in der Bundesliga, bessere Gegentorquote als alle die, also nehme ich mal die Gegentorquote von, ähm, von, von Nübel bei, bei Monaco, ähm, vor allem seine erste Saison in Monaco war Bock stark, 40 Gegentore in 38 Spielen, richtig starker Wert, ähm, hat auch wirklich in Europa League, hat er auch einige Spiele da gemacht, in beiden Saisons, war auch dort, ne, League A Stammkeeper, Europa League Stammkeeper, ähm, auch da wirklich eine ordentliche Quote in der Europa League als Gegentore, ähm, in seiner Schalke Saison Nummer 2 war das, glaube ich, auch tatsächlich, ähm, eine starke Paradenquote auch und scheinbar, wenn ich es richtig gelesen habe, auch die zweitbeste Quote an gehaltenen Großchancen in der zweiten Saison bei Schalke, also das sind schon wirklich gute Stats, also auf den ersten Blick auf Statistiken gesehen ist das auf jeden Fall ein klares Upgrade oder Update, äh, zu, äh, zu Bredlo, ohne jetzt Bredlo zu nahe treten zu wollen, ähm, Sleater Keeper, ich hätte auch kein Problem damit, äh, den als Nummer 2 zu behalten oder auch die letzte Saison, letzte Halbserie, hatte jetzt auch nicht irgendwie groß, groß Angst in jedem Spiel als der Bredlo im Tor schon, also so ist es nicht, aber, ähm, Nübel sollte da im Normalfall auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, ein Upgrade sein, ähm, wie gesagt, Gehaltdickersparnis, ähm, scheinbar soll auch Torwartkeeper Krebs Nübel voll überzeugt haben, auch das sehr interessant, da haben wir wohl scheinbar auch, bin ich ja auch nicht so tief drin, ne, aber haben wir ja scheinbar auch einen absoluten Topmann mit Krebs da, äh, Krebs da am Start, ähm, was da angesprochen wurde noch in Portkantstadt noch als letztes, was natürlich ein bisschen nach hinten rausfällt, scheinbar auch in der Kommunikation ein bisschen nach hinten rausfällt, ist, äh, Flo Schock, aktuell glaube ich noch, ja, der hat jetzt dann quasi vierter Keeper, wenn du es sein mit rein im Spreedloh Nübel, ähm, ja, bei dem ist wohl so ein bisschen Planungs, Planungsfragezeichen, äh, ziemlich groß, so, passiert noch eine Laie, wechselt er vielleicht sogar fix, scheinbar geht man mit dem gerade nicht so, also das heißt nicht so sauber um, aber nicht so, nicht so offensiv um, oder nicht so, nicht so ausführlich um, weil der hängt da so ein bisschen in der Luft wahrscheinlich, so, auch wenn ich gerade auf, 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 ähm, auf Schock drauf schaue, wüsste ich gerade auch nicht so genau, weil so der Planer schon eigentlich Nübel als Eins, vielleicht, Breto noch als Zwei, wie gesagt, kommen nachher noch kurz mit rein, ähm, und dann, ja, vielleicht doch noch Schock als Nummer Drei und dann Simon soll ja auch scheinbar viel Spielpraxis in der U21 noch bekommen, deswegen vielleicht gerade so ein bisschen als Nummer Drei-Spot, aber, ja, gab's so richtig Planung ist ja nicht, weil nächsten Sommer planst du ja richtig fest dann mit, mit Simon, weiß ich, ob dein Schock nächsten Sommer in irgendeine zweite Keeper, dritte Keeper Rolle schlüpfen kann, also auf jeden Fall, äh, das ist nochmal so ein Thema, was noch hinten, hinten runterhängt quasi in der gesamten Nübel, Simon, Breto, äh, Thematik, sag ich mal, ist auf jeden Fall Floschock. Weiter geht's mit Konstantinos, Mafropanos, auch immer konstant, irgendwie in irgendeiner Form, auch wenn auch wirklich nirgendwo, irgendwie richtig tiefgehend, aber immer irgendwo Gerichteküche mit dabei, ähm, wir hatten jetzt hier vor kurzem wieder irgendwie ein Quatschgerücht, um, äh, ein 10-Millionen-Angebot von Nottingham Forests abgelehnt wurde, ja, Jungs, mit 10 Millionen könnt ihr euch ja sowas von, sowas von löschen gehen, ist ja Quatsch, ähm, ja, Mafropanos, Nottingham, ich glaube, das war auch der Club, der im Winter über 20 angeboten hat, glaube ich, also, dass die interessiert sind, ähm, macht schon irgendwo Sinn, aber für 10 ist das ein kompletter Quatsch, ähm, wer immer wieder nach, äh, ja, nachgesagt wird, dass sie auf jeden Fall Interesse haben, ist Neapel, ist Napoli, italienischer Meister, die sind scheinbar wirklich richtig dick, äh, interessiert an Mafropanos, Fragezeichen ist da noch groß, dass sie wohl, das ist alles jetzt hier gemischt aus italienischen Medien und hier und da, ähm, dass die wohl vor allem auf, äh, Kevin Danso heiß sind, äh, der bei Lens eine starke Saison gespielt hat, die wollen aber wohl zu viel Kohle, irgendwie wohl an die 30 Millionen für den, und deswegen könnte vielleicht Mafropanos noch mehr reinrücken, weil sie den vielleicht irgendwie für 20, 25 bekommen, so ein bisschen die, die Gerüchte, ähm, Mafropanos auch hier nochmal zur Einschätzung, ähm, hat er, hat er, glaube ich, auch eine Ausstiegslose von 30, ne, also ich glaube, manche sagen, ja, ist ja perfekt, so, solange die keiner zieht, behaltet man einfach, aber ich glaube, die heißt eher, dass halt jeder Verein, der an ihn rangeht, versuchen wird, unter den 30 zu bleiben, so sehe ich es eher, ähm, ich glaube, auch 25 so grob, wurde, glaube ich, auch mal aufgerufen, in Gerüchten, so als Wunschsumme, ich glaube, wenn es irgendwo zwischen 20, 22, 25 Millionen liegt, bin ich, glaube ich, zufrieden, äh, als Ablöse für Mafropanos, sollte er diesen Sommer wechseln, auch bei ihm immer, Nummer 1 natürlich die Kohle am wichtigsten, Nummer 2 aber auch so ein bisschen aus Sympathie, äh, Geschichten, äh, wo es für ihn hingeht, ähm, auch für seinen Karriereweg und sowas, ähm, und da Neapel wäre eine Top-Adresse, haben jetzt ja Kim abgegeben an die Bayern, also suchen nach Ersatz, das wäre eine absolute Top-Adresse, glaube ich, ähm, wenn du hier, ähm, ja, wenn es den zum italienischen Meister ziehen würde, wie gesagt, Kevin Danso soll mehr im Gespräch sein, auf jeden Fall, aber Mafropanos definitiv ganz, ganz hoch, dann wohl auf Nummer 2 auf der Liste von Neapel, wie es so berichtet wird, interessant auch in den Berichten, äh, rund um Neapel und sowas, ähm, hier Atalanta lese ich auch noch gerade tatsächlich, aber wahrscheinlich vor allem Neapel, ähm, sogar die italienischen Medien schreiben, äh, dass der VfB die Nummer 6 sucht, möchte aber jemanden, der besser ist als Demme, weil Demme ist ja auch bei Neapel aktuell, da gibt es ja auch, gab es ja auch mal Kurzgerüchte um uns, aber auch Gerüchte jetzt um die Hertha weiterhin, ähm, denen fehlt aber, glaube ich, die Kohle aktuell für Demme, anderes Thema, ähm, interessant, auf jeden Fall italienische Medien auch schon quasi wissen, dass wir nach einer Nummer 6 suchen, äh, das ist sogar bis dahin gezogen, ähm, kommen auch nachher noch kurz dazu, äh, zu, zu Thema Nummer 6, oder Karasor, äh, Konkurrenz, wie auch immer, ähm, äh, andere Medien berichten auch von Juventus und von Turin, ne, also nicht Juventus-Turin, sondern gewollt Juventus und Turin, gibt ja auch noch einen FC Turin, also beide Turiner Klubs scheinbar interessiert am Afropaners, beide Vereine scheinbar bereit, rund um 20 Millionen anzubieten, also da muss ich auch schon mal sagen, wenn das alles stimmt, bin ich schon mal ziemlich happy, dass, äh, auch da immer quasi der Ansatz stimmt von der Summe, also die gehen da jetzt nicht rein und sagen, hier Anfangsgebot 10 Millionen, wie jetzt zum Beispiel bei Nottingham scheinbar, laut den Gerüchten, ähm, sondern die sagen, ja, rund 20 Millionen sind wir schon bereit, dann kannst du die noch ein bisschen verhandeln, dann kriegst du die Summe zwischen 20 und 25 vermutlich, die ich mir da wünschen würde bei Mafropaners, ähm, Thema aber hier bei, ähm, bei, äh, bei Juventus-Turin vor allem, dass die jetzt ja auch, äh, hier mit, äh, mit Strafzahlungen und sowas versehen wurden und sowas bis zu 20 Millionen Euro, denen könnte die Kohle fehlen, ich glaube, Neapel auch gerade attraktiver als italienischer Meister, als Juventus-Turin, ich glaube, auch attraktiver als Atalanta und auch attraktiver als FC Turin vor allem, also das sehe ich irgendwie überhaupt nicht, ähm, und interessant auch aus den Gerüchten kommt raus, dass Mafropaners wohl durchaus Bock auf Italien hat und tatsächlich nicht so Bock auf England, wie gesagt, das schreiben die, kann auch sein, dass die italienischen Medien sich das halt einfach schön hindrehen, dass er Bock auf Italien hat, aber weniger auf England, ähm, natürlich auch interessant für unsere Planungen und für unsere Gedanken oder Mafropaners, weil aus England kriegst du die meiste Kohle, ganz klar, aus England bekommst du die meiste Asche, ähm, aber so wie es hier rausklingt, äh, würde ich mal als Fazit ziehen, Neapel hat ihn ganz oben drauf, wenn das mit Danzo nichts wird, kann es gut sein, dass Mafropaners das wird bei Neapel, hat natürlich gleichermaßen, aber halt auch noch keine deutsche Quelle, noch keine deutschen Medien so richtig mitberichtet, äh, deswegen ist das noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ähm, aber wenn das passieren sollte, 20 bis 25 Millionen für Mafropaners, äh, zu Neapel, ist das glaube ich für alle, äh, alle Seiten am Ende des Tages ein recht cooler Transfer, ähm, trotzdem natürlich muss er da dann wirklich wichtig und akut, äh, für starken Ersatz sorgen. Der nächste dicke Brocken, in Sachen Abgang oder Abgangsgerüchte ist Seru Gerasi, da kam jetzt noch ein bisschen was Neues auf, äh, durch eine Kicker-Meldung, ich glaube das ging nur in Print raus, aber es schreiben ja trotzdem manche dann, äh, die Infos raus auf Twitter, auch hier geschehen wieder, ähm, dass, äh, ja, wie gesagt, Gerasi für 9 Millionen gekommen, ähm, am 30. Mai, ähm, beinhaltet eine Ausstiegsklausel von einer Summe von 15 bis 20 Millionen, haben wir auch schon alles, aber ich nehme es nochmal mit rein, weil es eben aus der Kicker-Meldung ist, ähm, um das alles nochmal aufzufangen, ähm, ich glaube, viele schreiben 15 bis 20 Millionen, ich glaube Sky hat das sich immer recht genau auch, Richtung 20 Millionen, äh, da festgelegt, wäre man natürlich auch lieber, wenn die lieber 20 Millionen als 15 Millionen wäre, ähm, wurde scheinbar noch keiner konkret vorstellig, ist die, äh, Formulierung, also noch keine klaren Angebote oder sowas, aber Annäherungsversuche gab es beim Management vom Stürmer, darunter scheinbar auch Ajax Amsterdam, sehr interessant, Sven Mislintat, äh, scheinbar Interesse an Seru Gerasi, ähm, aber nach Kicker-Informationen hat, äh, Gerasi erstmal allen abgesagt aktuell, ähm, und er träumt wohl von der Premier League, ähm, da schreibt der Kicker, Wettbieten noch nicht richtig begonnen, ähm, damit wird ab Mitte August gerechnet, und da kommt jetzt was Neues dazu, was, äh, so noch nicht bekannt war, jetzt vom Kicker bekannt gemacht wurde, wie gesagt, wenn es denn stimmt, aber gehen wir fest davon aus, eigentlich normalerweise beim Kicker oder bei solchen Medien, ähm, dass er, ja, die Ausschiebsklausel hat, die aber über ein Verfallsdatum verfügen soll, und das ist am 20. August, bedeutet, diese, diese, diese Ausschiebsklausel von 15 bis 20 Millionen können Vereine, die ihn wollen, bis zum 20. August ziehen, danach ist sie weg, danach könntest du, ähm, ja, frei verhandeln, frei verhandeln, danach gehört er dir, bis zum 26 Vertrag, und du kannst frei verhandeln, was natürlich im Normalfall bei Gerasi, nach der Saison, muss ich noch nichts erzählen, dass ich ein großer Fan von ihm bin, Topwerte abgeliefert, auch wirklich fast europäische Topwerte abgeliefert, von Torquote, dies, das, ähm, elementar wichtig für uns, 100% gesetzt, äh, da vorne drin, ähm, dann kommt er normalerweise auch mehr rum, als 20 Millionen, also, wenn du frei verhandeln kannst, kannst du 20 bis 30 irgendwo in die Richtung gehen, wahrscheinlich, ähm, je nachdem, welche Klubs da so, 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 äh, anklopfen bei dir, ähm, aber, ja, das ist natürlich auch wieder gleichermaßen ein Thema, wenn es der Kicker reinwirft, wenn hier das Thema mit Alex Amsterdam kurz aufkommt, ähm, es kann wirklich gut sein, dass Gerasi nochmal umworben wird, so, wundert glaube ich keinen so richtig, wollte aber glaube ich auch keiner so richtig hören, ähm, interessant auch tatsächlich, dass hier quasi eine, äh, ich glaube auch recht gute Quelle, ist immer schwer sowas einzuschätzen, ist eine recht gute Quelle aus, äh, Holland, aus Niederlanden, noch weiter geht, und sagt, äh, ähm, dass Gerasi selbst gerne zu Ajax wechseln würde, weiß nicht, aus welchen Infos sie das beziehen, ähm, aber der Kicker sagt ja erstmal allen abge, erstmal allen, äh, alle abgelehnt, und geht auch beim Kick, äh, auf das Ajax-Gerücht nicht weiter ein, aber hier, wie gesagt, aus, aus Holland heißt tatsächlich, dass Gerasi wohl auch Bock hätte auf Ajax, mal, wer weiß, ob das stimmt, keine Ahnung, würde natürlich auch zu einem, selbst mit den 15 Millionen, äh, zu einem der höchsten Transferabgänge machen, beim VfB, ähm, 15 bis 20 Millionen Ausstiegsklausel, wir haben jetzt hier, Kobels für 15 zu Dortmund, Glepp für 15 zu Arsenal, Kabak für 15 zu Schalke, die Kaleitrisch 18 Millionen zu Wolverhampton, und danach ist er bei Werner, Platz 4, der teuersten Verkäufe von uns, für 23 Millionen in Summe, zu Leipzig, da kam, glaube ich, noch die, ähm, die Weiterverkaufs, äh, Gebühr mit rein, also Chelsea ist für viel Geld, aber er würde sich auf Platz 5 vielleicht einreihen, so grob 18 Millionen, wirklich einmal so als Mittelwert nehmen, von den 15 bis 20 in der Ausstiegsklausel, also könnte so mit der 5 teuerste Verkauf werden, aber eben, wenn du frei verhandeln kannst, gut, Gormes für 30, Pavard 35, ich glaube, die Richtung geht es vielleicht nicht, aber er könnte Platz 3 einnehmen, Gonzalez hat 24,5 Millionen zu Florenz gekostet, oder hat eingenommen, haben wir eingenommen, so rum, der könnte sich da vorschieben auf Platz 3, und irgendwo vielleicht noch vor Gormes landen knapp, ähm, wenn man irgendwo zwischen 20 und 30 bekommt, Gormes für 30 zu den Bayern, Pavard auch für 35 zu den Bayern, das war damals auch Ausstiegsklausel, das ist der kleine kurze, äh, Verkaufsexkurs, sag ich mal, ähm, und ja, Gerasi haben sich natürlich jetzt auch einige dann beschwert, oder, ja, was heißt beschwert, drüber geäußert, sag ich mal, wie man das denn machen kann, und wer solche Verträge macht, mit so Ausstiegsklauseln, ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen mal Realitätscheck machen, und sagen, der Kollege kam vor der Relegation, vor beiden Relegationsspielen, hat er unterschrieben den Vertrag, bis 2026, mit eben Vertrag, der gültig ist für IGA 2, so, bevor er wusste, wo wir spielen, wir hätten ja auch absteigen können, ne, ähm, und dann wäre ja auch noch Vertrag an uns gebunden gewesen sogar, wären wir abgestiegen, und da macht es, glaube ich, nur Sinn, dass so ein Kaliber, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht irgendwie, kann zu krass adeln oder sowas, aber so ein Kaliber, bei ihm, oder von Stürmer, wie er es ist, ähm, ist das, glaube ich, logisch, und macht das, glaube ich, Sinn, dass er sich sowas reinschreiben lässt, eben wenn er gleichzeitig sagt, ey, das heißt, wenn wir absteigen, ich will, dass ihr mich noch verkaufen könnt, das ist ja auch eine nette Aktion, der auch sagen könnte, nö, ich unterschreibe nur einen erstiger Vertrag, ne, ähm, dann wäre er ablösefrei, hätte er ablösefrei gehen können, ähm, Abstiegsfall, aber so hätten wir sogar Geld bekommen, und so hat er sich eben abgesichert, wenn er sagt, jo, vielleicht steigen wir sogar ab, ähm, 15 bis 20 Millionen, bei Abstieg wäre auch stark gewesen, ähm, sind auch jetzt noch, ich sag nicht stark, aber in Ordnung, weil gleichermaßen, wir haben ihn für 9 geholt, wenn du jetzt, wie gesagt, mal mein Ding nimmst, dann kriegst du ihn für doppelt so viel verkauft, ein Jahr später, für 18, natürlich nicht die Welt, weil für Gerasi kannst du noch mehr verlangen, glaube ich, bin ich mir sehr sicher, aber ich glaube, dass er sich so eine Ausschussklausel einbauen lässt, macht irgendwo Sinn, aus seiner Seite, kann auch so ein Ding gewesen sein, wo er sagt, ey, ich unterschreibe hier nur fest, wenn ich eben sowas eingebaut bekomme, kann man, glaube ich, auch da keiner Seite irgendwie groß was, äh, was schlechtreden an dem Ding, ist, glaube ich, macht, glaube ich, Sinn, ähm, plus eben auch ein Verfallsdatum drin, wir, wir wissen über so Absprachen und Verfallsdaten von Sosa zum Beispiel, da gab es ja auch mal einen Sommer, wo es hieß, bis zu dem Zeitraum kannst du für so und so viel Geld wechseln, war, glaube ich, eher eine mündliche, äh, Zusage als vertraglich festgelegt, aber, ähm, vom ähnlichen Prinzip und damit ist das Ding auch ausgelaufen, nichts passiert und eben das Interessante ist da ja, wie es der Kicker berichtet, wenn so quasi so richtig die Premier League ins Rollen kommt mit Transfers, so richtig, äh, ja, so, so Mitte August erst, Mitte August ist so 15. 16. August, da haben wir noch vier, fünf Tage, bis diese Ausstiegsklausel, ähm, diese, diese Ausstiegsklausel abläuft, das können uns natürlich auch zugute kommen, da haben wir jetzt wohl auch leider einfach, ja, nichts, nicht, nicht viel mehr zu tun, als einfach abzuwarten, ne, was, was, was da passiert bei Gerasi, wenn er noch wechselt, wenn er einen Topklub anklopft, ja, wäre es, glaube ich, auch nicht wirklich un, äh, un, unerwartet oder so, oder auch nicht unverdient, ähm, deswegen schauen wir, was da so passiert, im besten Fall einfach bis zum 20.8. irgendwo, irgendwo halten, äh, und danach frei verhandeln, wenn wir jetzt noch richtig gut Kohle dabei, dabei bekommen, ähm, interessant ja auch, wir hatten ein kurzes Gerücht um Pavlides da, ähm, irgendwie 10 bis 13 Millionen und sowas, also den hat man ja scheinbar irgendwie mal im Kopf, zumindest, äh, als, äh, als Ersatz für Gerasi, ähm, und der nächste, wozu wir gleich kommen, geht auch in diese Richtung von Gerasi-Ersatz, so einem möglichen, äh, Gerasi-Ersatz, das kann aber gut sein, dass natürlich Gerasi auch am Ende so ein bisschen Kaugummi-Transfer wird, wie bei Karlajcic, darauf hoffe ich mal nicht, so kurz vor Deadline-Day, natürlich liebst, am liebsten noch ein bisschen, noch ein bisschen, äh, mehr, mehr Planungssicherheit, äh, früher, ähm, und im optimalen Fall, wie gesagt, bis zum 20.8. halten und danach dann gut Kohle machen, ne, im noch größeren Optimalfall ihn einfach halten, ne, vielleicht kam das auch vorhin bei Mavopanus, äh, zu kurz, deswegen bringt es hier mal mit Rheinberg Gerasi, natürlich weiter in den Raum, dass du die hältst, ganz klar, auch bei Sosa, bei anderen Spielern weiterhin 100% im Raum, dass du sie hältst, alle bei uns, alle unter Vertrag, alle länger bei Untervertrag, ähm, allerdings nur, deswegen sage ich es oft vielleicht so, so weitgehend, ähm, muss es glaube ich keinen Wundern, wenn solche Spieler weg sind, Mavopanus, Gerasi oder sowas, aber ey, im Optimalfall hältst du ihn halt einfach, im Optimalfall bleibt ein Gerasi, im Optimalfall bleibt ein Mavopanus, natürlich, das dann natürlich, wenn du die halten kannst, wir sind ja scheinbar auch nicht 100% mehr angewiesen, sag ich mal, auf dickes Transfer, bloß eine dicke Einnahme jetzt mittlerweile, ähm, dann, ey, lieber Kader halten, als irgendwie nochmal, äh, jeden, jeden Verscherbeln, der irgendwie ein bisschen was bringt auf dem Markt, und dann hätten wir auch einen richtig brutalen Kader zu sein, damit du das Spiel erhalten kannst, ne, aber die Gerüchte sind halt da, äh, und die Ablösesummen dann, ja, folglich auch. Und wie vorhin angekündigt, oder gerade angekündigt, ähm, nächster Spieler, der in das Feld Gerasi Ersatz vielleicht, im, aber, natürlich auch im absoluten Optimalfall, vielleicht in das Feld Gerasi, äh, Backup geht, weil das ist auch leider eine Position, wo ich 100% was Besseres haben will, als einen Pfeifer, und glaube ich auch schaut weiter, denn das mit Pfeifer vielleicht abgeben kann, das hat einfach nicht funktioniert bisher, und auch in der Vorbereitung nicht, nicht, weitergehend nicht wirklich, und da auch schon oft gesagt, du brauchst eigentlich einen richtig gescheiten Ersatz, eben für Gerasi, man kann es natürlich auch Doppelsturm spielen, oder sowas, aber erst mal, in erster Sicht ein Gerasi, äh, Backup, weil sieben Spiele verletzt gewesen, letzte Saison, wir haben alle gesehen, wie das geendet ist, ähm, es lief nicht wirklich gut, ähm, was wir da vorne so, sag mal, experimentiert haben, ähm, und aktuell, Gerasi Backup Nummer 1, ist wieder irgendwie in irgendeiner Form ein positionsfremder Silas, und danach kommen Sanko Milosevic, ja, alles so ein bisschen Versprechen für die Zukunft, oder vor allem bei Sanko, vielleicht auch ein bisschen mehr Gegenwart schon mit drin, ähm, aber keinen wirklich, keiner, wo du sagst, ey gut, den haben wir jetzt dann, wenn Gerasi mal ausfällt für zwei, drei Spiele, das könnte Dennis Undaf sein, Dennis Undaf, das kam gestern frisch mit rein, in die Gerüchteküche, und hält sich auch so ein bisschen weiter, ähm, von Sascha, Sacha? Wahrscheinlich schreibt er noch aus dem Sascha aus, äh, Tavolieri, äh, auf Twitter, ähm, auch so Transferjournalist mäßig, der hat aber ganz klar schon geschrieben, Undaf, sieht so aus, wie der Brighton, der ist ja aktuell, ähm, ja, für ein Jahr verlassen, ein Jahr Laie, mit Kaufoption in die Bundesliga zum VfB Stuttgart, und das wäre schon ein brutales, brutales Brett, äh, wir gucken mal kurz auf Dennis Undaf drauf, 1,78 groß, 27 Jahre alt, äh, Deutsch, Türke, ähm, aktuell 10 Millionen Marktwert, noch Vertrag bis zur 26 bei Brighton, aufgefallen bei Meppen, ähm, ist dann, äh, zu, äh, Union, ach, Saint-Chillois, schrückt man das so aus, keine Ahnung, nach Belgien gegangen, ähm, ähm, da auch sehr stark gewesen, und dann eben für 7 Millionen zu Brighton, an dem waren auch oft schon, äh, andere Klubs dran, ich glaube Bremen war mal länger dran, oder in Gerüchten zu ihm, weil er eben bei Brighton nicht so ganz, äh, Fuß gefasst hat, jetzt hat er wohl letzte Saison ein bisschen mehr Fuß gefasst wieder, aber wie gesagt, vor allem in Belgien, 33 Spiele, 25 Tore, 10 Vorlagen, in der Premier League bisher sind es 22 Spiele und 5 Tore, äh, dritte Liga 69 Spiele, 23 Tore, 15 Vorlagen, ähm, das ist schon, das ist schon ein Kaliber, das sagen ja auch schon die 10 Millionen, äh, marktwert raus, dass er gerade bei Brighton spielt in der Premier League, ähm, die ja auch mittlerweile echt, ich sag mal ein Name ist in der Premier League, die spielen echt einen guten Fußball, zumindest habe ich die immer so, so, so gerade abgestempelt für mich im Kopf, dass sie wirklich einen guten Fußball spielen, ähm, uninteressant, es ist halt immer so, Transferjournalisten mäßig und Transfergericht auf Twitter, aber, äh, der Mann wird gefolgt von Leuten wie einem Fabrizio Romano und so weiter, der Mann hat auch mal eine anständige Summe an Followern, muss natürlich auch alles nichts heißen, aber es sind zumindest Indikatoren, sag ich mal, äh, auf Twitter oder Social Media generell, dass da ein bisschen mehr dran ist, als wenn das jetzt irgendein Twitter-Account schreibt, der zwölf Follower hat, ähm, plus scheinbar kennt er sich recht gut in dem, im belgischen Markt aus, passt ja auch, ne, ist ja von Belgien nach Brighton, ähm, und hat wohl auch bei dem Mangala-Deal zu Nottingham Forest relativ früh dran, haben manche geschrieben auf Twitter, die nochmal ein bisschen in der Vergangenheit, äh, gesucht haben, ähm, ähm, das heißt, das ist schon durchaus eine recht gute Quelle für Twitter-Verhältnisse scheinbar, eine andere bringt noch Hoffenheim mit rein, äh, in die Verhandlungen, äh, mit Undaf und uns natürlich auch, ähm, natürlich auch wieder einer, gerade angesprochen, Perea Pfeiffer, den man, wenn man die bei, also wenn man, wenn man Undaf holt, statt quasi Perea und Pfeiffer, dann ist das Bock stark, dann ist das richtig, richtig stark und es sieht auch tatsächlich bei, äh, einem, bei, bei Brighton doch so aus, als würde Undaf so immer mehr so ein bisschen, ähm, oder, ja, aus dem, aus dem Kader rücken und vielleicht tatsächlich, äh, auch das Indikatoren dafür, dass da ein Wechsel, äh, ja, bevorsteht. Jetzt im letzten Testspiel aktuell, letzte Nacht war das ja, für so eine USA-Reise, immer wilde Anschlusszeiten, ähm, war er gar nicht mehr im Kader, dann geht man ein bisschen zurück in der Timeline von, äh, von Brighton, dann war er im letzten Spiel zumindest noch, ähm, zumindest noch, äh, auf der Bank, geht man auch ein bisschen weiter zurück, dann hat er sogar im vorletzten Spiel für Brighton, gegen Chelsea war es glaube ich sogar, auch getroffen, ähm, und ein Brighton-Account auf Twitter hat auch noch, äh, Interview-Schnipsel, äh, gepostet mit dem, äh, Trainer von Brighton, ähm, der gesagt hat, Joao Petro, Wellbeck und Ferguson, ähm, ja, sind genug, das sind eben Sturm, die, die anderen Sturmpartner von Undaff, äh, bei Brighton vorne drin, also auch der, ähm, ja, geht in die Richtung, dass er sagt, jo, wenn er gehen sollte, oder dass da vielleicht was dran ist, dass er wechselt, ähm, haben wir trotzdem auch genug im Sturm, die das, die das da vorne ausfüllen können, und das sind schon alles so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, ja, Indikatoren, wie gesagt, dafür, dass der Mann vielleicht tatsächlich, äh, wechseln könnte, ähm, wir gehen jetzt mal wirklich einfach auf unser Gerücht drauf, ähm, weil hoffen, in einem Gerücht noch so ein bisschen dazu genannt wurde, aber bei dem Haupt, äh, Gerücht, sag ich mal, von dem, ähm, Journalisten da auf Twitter, ist es eben vor allem VfB, und wie gesagt, ganz klar, ein Jahresleihe mit Kaufoption, unserem VfB in die Bundesliga, so wird es ja geschrieben, ähm, schon ein paar Mal gesagt, er ist, er ist das Gefühl bei ihm, ähm, ist krass, ist krass, gerade eben in dem Zusammenhang, so habe ich es zuerst gesehen, weil es vielleicht auch so ein bisschen ausblenden will, dass er gerade sie wechseln könnte, weil es einfach nicht will, ähm, aber vielleicht ist das ja, sogar das Gerasi-Backup, und wenn die wirklich uns hier einen, ähm, Dennis Undaff hinter Gerasi setzen, oder vielleicht sogar auch Doppelsturm mit Gerasi hinstellen, ist das brutal, das ist brutal, ich sage, ich würde es auch lügen, wenn ich bei Undaff noch näher reingehe, aber mein Bauchgefühl, auch das, wie man so ein bisschen, irgendwie habe ich einen Undaff-Namen einfach gut im Kopf, als guten Stürmer, 10 Millionen Marktwert, öfter auch in der Bundesliga in Gerüchten gewesen, so langsam kommt er auch in der Premier League an, der Vorbox stark gewesen, ähm, deswegen habe ich den irgendwie einfach als positiv abgestempelt Undaff, und den dann als Backup zu haben, wäre schon richtig stark, und was mir so ein bisschen Hoffnung macht, dass er eben Backup sein könnte für Gerasi, ähm, statt eben, dass er, äh, Gerasi-Ersatz wird, ein vorgezogener, weil kann ja auch passieren, ist eben das Modell, weil du leihst ihn mit einer Kaufoption, wie gesagt, wenn das stimmt, ne, immer mit Vollstuhl genießen, aber wenn das stimmt, dann leihst du ihn mit einer Kaufoption, das heißt, du legst nicht für den irgendwie, wie bei Pavlidis das Gerücht war, mit 10 bis 13 Millionen, sondern du legst quasi ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Leihgebühr, ein bisschen Gehalt auf den Tisch, und eine Kaufoption, also keine Kaufpflicht, sondern Kaufoption, und mehr nicht, so einen kannst du, dann kostengünstig, hinter Gerasi, erstmal als Backup holen, ne, das ist kein Thema von, wir holen und dafür, 11 Millionen Ablöse fix, dann, wenn das das Gerücht wäre, wäre es glaube ich noch klarer, okay, die planen die Gerasi-Millionen ein, um ihn zu holen, aber so, hast du Gerasi weiter, auf der Payroll einfach, und holst schon mal Undaff, ne, und im besten Fall, läuft das dann halt so hinaus, dass du in die nächste Saison reingehst, mit Gerasi und mit Undaff vorne drin, und das wäre schon, das wäre schon, total stark, vorhin ein paar Statistiken vorgelesen, da habe ich auch euch selber, so ein bisschen ein Bild gemacht, zu Undaff, soll wohl auch, so ein bisschen Heimweh haben, und sich nicht so wohlfühlen dort, eben Heimweh nach Deutschland, dann in dem Fall, das wäre schon krass, wie gesagt, ist natürlich auch irgendwo, ein bisschen Twitter-Journalismus, und auch so ein bisschen, wie man da so ein bisschen vorgeht, aber ey, wenn man so ein bisschen die Chronologie anschaut, von Tor gemacht im Testspiel, zu auf der Bank im Testspiel, zu gar nicht mehr im Kader im Testspiel, kann schon sein, könnte das das, was bedeutet, dass er wirklich, dass er wirklich in Wechsel bevorsteht, für Undaff und für Brighton, ob wir es dann genau sehen, wie gesagt, eine Quelle nimmt noch irgendwie Hoffenheim mit rein, muss man sehen, und auch hier wieder mit Fosy zu genießen, im Sinne von, es hat, glaube ich, bis jetzt noch keine deutsche Quelle aufgegriffen, kein STN, kein Kicker, kein Bild, kein Sky, wurde noch nicht aufgegriffen, ist, glaube ich, auch kein Transfer, das in den nächsten zwei, drei Tage dann sofort offiziell wird, die chillen ja irgendwann noch in den USA, mit ihrer Länderspiel, Länderspielpause, perfekt, mit der Sommerpause, mit der Sommervorbereitung, Testspiel, chillen die ja irgendwo dort noch rum, deswegen, mal gucken, mal gucken, ich wäre auf jeden Fall, wie auch schon bei Nübel, habe ich vorhin vielleicht ein bisschen vergessen, mit reinzunehmen, habe ich Bock drauf, auf das Modell mit Nübel, bin da wirklich positiv gestimmt, und jetzt auch bei Undaff, das wäre schon krass, und ey, dann würden wir echt, dann bisher, finde ich, wenn wir natürlich auch weiterhin kommen, gleich noch dazu, noch mehr Spieler aussortiert bekommen, den Kader ausgedünnt bekommt, ein sehr starker Sommer, und gleichzeitig auch natürlich ein sehr starker Sommer, Nummer 1, von Fabian Wohlgemuth. Kommen wir noch, zum vorletzten Überpunkt, mit Gerüchten einfach, Gerüchteküche ein bisschen, reingeschmissen, Transfermarkt ein bisschen, ihr wisst, ihr wisst, wie es läuft, Endoverlängerung, ist das erste Thema, einfach, um da mal mit reinzubringen, auch schon mal drüber gesprochen, den Mann müssen wir verlängern, sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus, vom Capitano, von Legendo, da müssen sie ran, aber da sind sie wohl auch ran, und wollen vor allem, ja, schlauter Bild auch, ganz klar, das Intensivieren, dass der Kapitän bleibt, wir brauchen seine Führungskraft auf dem Feld, genau, aber scheinbar auch, das Interessante dabei, dass Endo laut der Bild, hier auch wieder, ganz, ganz klar bleibt, Endo bleibt auf jeden Fall, ob er verlängert oder nicht, er bleibt auf jeden Fall, natürlich trotzdem absolut krank, wenn du nächsten Sommer einen Endo ersetzen müsstest, ablösefrei, also ich hoffe, dass sie die Vertragsverlängerung hinbekommen, und ich glaube, bin mir gar nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, stand auch mit drin, im Bildartikel, dass auch Ito einer ist, der eigentlich auf der Nichtverkaufsliste steht, ist ja glaube ich auch, schon mal berichtet worden, auch so Leute wie Mio und sowas, eigentlich auf der Nichtverkaufsliste stehen quasi, würde auch mich sehr freuen, weil ich Ito auch richtig geil finde, bin auch da tatsächlich sehr happy, ich hoffe, ich jinx jetzt damit nichts, dass da noch keine näheren Gerüchte kamen, oder so, vielleicht ist er wirklich auf einer festen Liste, wo ihr alles abgelehnt wird, dann umso besser, aber ja, gerade bei Mafopanos und so, war Ito auch mal ganz kurze Gerüchte mit drin, oder so, nach Italien, da bin ich sehr happy, dass es zu ihm überhaupt keine aktuellen Gerüchte gibt, dass Ito wechseln könnte, das fände ich schon mal sehr, sehr wichtig, wenn der da hinten in der Abwehr bleibt, Keitel ist das Thema, vorhin angesprochen, mit der VfB suchten Sechser, was Italien berichtet hat, natürlich auch die deutschen Medien berichtet haben, und das wird schon mal Keitel nicht, nach langem Hin und Her, Keitel sagt dem VfB ab, hat der Kicker berichtet, der offensivees Mittelfeld, U21-Nationalspieler, auch bei der EM dabei gewesen, und ja, der kommt nicht, dafür aber in die Gerüchte-Küche geschmissen, auch vom Kicker, im selben Artikel glaube ich, ist Ayo Tanaka, der nächste Japaner, japanische Nationalspieler auch, in der Gerüchte-Küche, bei Fortuna Düsseldorf, aktuell Marktwert von zweieinhalb Millionen, noch zwei Jahre Vertrag, zu ihm würde ich euch noch mehr anlügen, wenn ich das sagen würde, habe ich verfolgt, finde ich krass, finde ich nicht krass, aber was man so liest, von VfB-Fans, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben da, soll auch das wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Option sein, zentrales Mittelfeld, Tauposition, kann aber defensiv wie offensiv, also sehr, sehr ordentlich, wie gesagt, Karasor, Konkurrenz, sage ich mal, wird ja ein bisschen gesucht, und der wäre wohl eine sehr starke Alternative, aber da gab es wohl auch schon Gerüchte, es gibt ja überall Transfermarktforen, oder auch generell eigene Vereinsforen, und da wurde wohl geschrieben, bei Fortuna Düsseldorf in den Foren, dass er wohl vor dem Wechsel nach England steht, mal gucken, wurde auf jeden Fall das auch aufgegriffen, vom Kicker, von STL und so weiter, mal gucken, ob da jetzt mehr Bewegung reinkommt, kam bisher nicht, vielleicht geht es auch nach England für ihn, aber auf jeden Fall eine Option, man muss ja auch sagen, bisher die Optionen immer, ist ja auch so ein bisschen eigene Bewertung immer, aber die Optionen, die genannt werden aktuell im Transferfenster, klingen eigentlich alle immer ganz gut, also mir gefallen die Transfergerüchte, mir gefällt, wie gesagt, vorhin auch schon angesprochen, der Transfer ist doch mal echt ganz gut, wenn du eben vor allem noch ein paar Leute von der Payroll bekommst, oder aus dem Kader bekommst, ohne denen, wie gesagt, immer will ich nicht persönlich zu daher treten, oder sowas, aber eben sportlich gesehen, gibt es einige, die ausgemistet werden müssen, in unserem riesen Kader, irgendwie 33 Mann aktuell, oder sowas, deswegen bin ich da bisher echt angetan, von den Gerüchten, was da so passiert ist, ist noch ein bisschen mehr als ein Monat Zeit im Transferfenster, Joscha Wagnoman, das ist ein Gerücht, wo ich dann nicht so angetan wäre tatsächlich, wenn er wechseln sollte, weil klar, letzte Saison, ich habe mich auch gefragt, ey, wann kommt er denn endlich, wann setzt er sich durch, dann hinter Anton sogar auf der Bank gewesen, obwohl der eigentlich gar kein rechter Verteidiger ist, und das eigentlich gar nicht richtig spielen konnte, aber eben seitdem Hoeneß da ist, spielt Wagnoman echt stark, will ich unbedingt behalten, auch wo ein 21er Nationalspieler, auch er bei der EM gespielt, auch da wirklich, ich glaube, ordentliche Leistungen gezeigt, wenn ich es richtig im Kopf habe noch, und nun gab es mal Gerüchte von Twitter, BVB-Geschichten, interne Quellen und so, Waagegerüchte, dass der BVB interessiert ist, im Raum stehen 15 Millionen Ablöse, und das wurde sogar auch, ja, von hier, ja, STN übernommen, das ist tatsächlich nicht nur interne Gerüchte oder wie auch immer, sondern wirklich ein ernstzunehmendes Gerücht oder ernstzunehmende Info, sage ich zumindest mal, weil es ist noch sehr, weil es ist noch sehr, sehr früh, noch keine konkrete Gespräche und so weiter und so fort, Dortmund hat ein Auge auf ihn geworfen, auf den 22-Jährigen, aber sonst halt nicht so wirklich, er hat auch scheinbar keine konkreten Wechselabsichten, fühlt sich beim VfB wohl, auch wir als Klub VfB schreibt hier, schon gerade Nachrichten, dass kein Bestreben danach ist, den Spieler abzugeben, dass wir es nicht vorhaben eigentlich, deswegen auch da will ich nochmal mit Vorsicht genießen, ich glaube nicht, dass das groß passiert, aber dass es irgendwann passieren könnte, diesen Sommer glaube ich noch nicht, aber vielleicht nächsten irgendwann, wenn er weiterhin so gut spielt, ist auch, glaube ich, bei ihm irgendwie logisch, weil so generell Außenverteidiger in der Nationalmannschaft, also deutsche Nationalspieler, Außenverteidiger ist da recht rar, auch Talente auf der Position sind da recht rar, da ist eben Wagner-Mann somit das Größte auf der Rechtsverteidiger-Position, Marktwert gut gesteigert, aber auf 8 Millionen mittlerweile hoch, also finde ich die 15 Millionen so grob auch recht fair angesetzt aus dem Gerücht, aber wie gesagt, ist noch sehr früh und ich glaube jetzt nicht wirklich, dass da diese Saison was passiert, aber schauen wir mal, das nächste vorhin schon ein bisschen angerissene Thema, Fabian Bredlow, da schreibt die Bild natürlich rund um das Nübel-Thema, dass auch dem bewusst ist, dass Nübel die neue Nummer 1 ist, ganz klar, auch wenn nicht auf dem Trikot hinten drauf, aber er ist die Nummer 1 und die wärmen so ein bisschen das Hertha-Gerücht nochmal auf, das kam ja vor ein paar Wochen auf, so Insider-Gerücht-mäßig, dass vielleicht Hertha interessiert, das hat diese ganzen Gersbeck-Geschichte bei denen hinten im Tor, die Suspendierung und sowas, die haben immer noch Christensen am Start, also ich weiß nicht, wie weit die wirklich auf der Suche sind nach einer neuen Nummer 1, aber Bredlow glaube ich auch dort aus Berlin vom Lebenslauf her, sag ich mal, also dem auch irgendwie ein bisschen zugeneigt wahrscheinlich aus der Perspektive und Bredlow schreibt die Bild hier ganz klar, ohne Nummer 1 Perspektive denkt Bredlow über einen Abschied nach und würde ja auch für uns zumindest vom Geld her Sinn machen, ihn jetzt schon abzugeben, weil er noch ein bisschen was bekommen wird, natürlich nicht viel, aber ein bisschen was, weil er ja nächsten Sommer, wie gesagt schon, der Vertrag dann ausläuft, also ich könnte es nachvollziehen bei Bredlow, dann die Frage, ob du nochmal eine Nummer 2 holst oder ob du sagst, also wenn Bredlow geht, dass du nochmal eine Nummer 2 holst oder ob du sagst, jo, wir nehmen dann Simon als 2, aber er soll ja eigentlich nur 21 Spielzeit bekommen, also ich weiß nicht, wie das dann zusammenläuft an den Spieltagen, ja schwierig, weiß ich nicht, ob dann vielleicht doch dann sogar Schock die Nummer 2 macht, ich habe absolut keine Ahnung, aber auf jeden Fall könnte das Hertha Insidergericht nochmal ein bisschen heißer gekocht werden, aber aktuell nichts Konkretes mitverdienen, habe ich den nächsten Unterpunkt einfach mal genannt, weil wir für den Transfer von Hollerbach von Union zu Union von Wiesbaden so rum 300.000 Euro bekommen haben, kam aus unserer Jugend zu Wiesbaden, um den ja auch gerade sehr, sehr viel Schwieriges, so die ganze Köln-Debatte, war ja kurz davor, zu Köln zu gehen, dann doch irgendwie an irgendwas gescheitert, da ins Ewigkeiten-Transfersum hin und her, zu Union, natürlich in der Zeit auch genutzt worden wieder von vielen, ja, sag mal, Twitter- oder Online-Social-Media-Kanal-Nutzern, wie auch immer, um zu recherchieren und da viel Komisches gefunden, wieder, das ist gerade so ein bisschen das Thema schlechthin, und ich glaube, da merken auch viele, ja, Fußballer mittlerweile, dass man ein bisschen aufpassen sollte, wahrscheinlich, wenn man denn was zu verstecken hat, aufpassen sollte online, weil das Internet vergisst nie, ist einfach so, gerade wenn man öffentlich ist und immer wieder Sachen hat, wir haben das Thema in Matcha mit seinen ganz schwierigen Posts, die er immer wieder liked, auch von VfB-Spielern gab es schon ganz komische Likes, mittlerweile auf Instagram, bei irgendwelchen Beiträgen, das ist wohl leider normal, also es ist nicht normal, was die alle, was da manche, was da manche liken, das ist so, ist nicht formuliert von mir, aber halt leider irgendwie normal, dass Fußballer auch komische Sachen liken, wie jeder andere Mensch wahrscheinlich auch, oder wie viele andere Menschen auch, aber bei ihnen sieht man es halt, bei ihnen merkt man es halt, bei ihm auch, Instagram-Beiträge ganz komisch, ganz komische Richtungen geliked, geliked, irgendwie auch, was war das, die Geschichte mit ganz vielhunderten, Onlyfans-Modeln und sowas, die er folgt, irgendwie auch ein komischer Typ, wo er auch öfters berichtet dann, aber auf jeden Fall kriegen wir für Hollerbach wohl 300.000 Euro durch eine Weiterverkaufsbeteiligung und scheinbar auch für Köhn kassieren wir rund 200.000 Euro Weiterverkaufsbeteiligung, dass hier der Keeper, der von Salzburg zu Monaco gewechselt ist, kam aus unserer Jugend ursprünglich, noch mal 200.000 Euro einzunehmen, also eine halbe Million, einfach durch zwei Weiterverkaufsbeteiligungen an unseren Jugendspielern loswerden, ist noch ein nächster Punkt, aus dem Artikel von der SCZ kam das hier mit der Krux, mit den Leihgeschäften, da steht drin, ja, dass hier Perea, nochmal, wurde nochmal genannt, dass es zum KSZ ja nicht geht, auch Kaiserslautern wird wohl nichts, hat Perea wohl aus persönlichen Gründen abgesagt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist der Mann Vater geworden, also auch da, ja, vielleicht gerade jetzt eher, eher mal nicht die größte Umgewohnung, glaube ich, bei ihm kann man, oder Umgewöhnen, glaube ich, bei ihm kann man gerade nicht wirklich davon ausgehen, dass der Mann in Richtung, ja, Ausland oder sowas wechselt, wenn eben sowas Großes, Privates gerade passiert ist, und immerhin ist so viel inzwischen zu vernehmen, schreiben sie, wegen Bayers ist man mit dem VfB in Gesprächen mit anderen Klubs und auch bei Chil Dias stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Reise des Wandervogels bald weitergeht, das kann gut sein, oder klingt wohl so raus, dass wir zumindest bei Bayers und Dias vielleicht dann doch bald auch Abnehmer finden, sind ja auch die beiden, keine Daten noch mit Cissé, aus der, ich sag mal, ja, Liste der Leute, die man fest aussortiert hat, die noch nicht weg sind, Fahir ist ja schon weg, spielt jetzt gerade ganz aktuell gegen Hannover, ist es glaube ich im ersten Spieltag in der zweiten Liga mit Elfersberg, werden wir auch verfolgen, und zum Schluss von dem Part noch was, was wirklich dann komplett in diese Richtung von Twitter-Gerücht geht, ausländische Quelle, der hat hier irgendwie 2000, ja, 2000 Follower auf Twitter, bringt den Namen Kolenowitsch ins Gespräch bei uns, auch da geht's wohl, ja, entweder um einen festen Wechsel oder um einen Laie mit Kaufoptionen, ähm, der Mann spielt bei Dynamo Zagreb, 2 Millionen Mark wert, 23 Jahre alt, ein Mittelstürmer, 1,91 groß, das gibt noch ein bisschen mehr, äh, Gerasi-Vibes, als es jetzt mal Undaf tut, also das nächste Gerücht, äh, um den Stürmer, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als Undaf auf den ersten Blick, ähm, wieder Kaliber-Talent und so ein bisschen Versprechen, äh, hier aus der kroatischen Liga in dem Fall, ähm, ja, musste gucken, 23 Jahre alt, ist wirklich, das ist wirklich Paradebeispiel für Twitter, äh, Gerücht, also an dem muss überhaupt gar nichts dran sein, aber gehört dann trotzdem hier mit rein in die Gerüchteküche. Und dann zum Schluss noch wieder ein bisschen gemischte Werke und damit kommen wir, glaube ich, auch wieder über die Stunde, also habe ich am Anfang, äh, das Ganze falsch eingeschätzt, aber fast dran gewesen, ähm, wir gucken hier kurz auf die Dauerkarten, hier durch eine Grafik von Die falsche 9, ja öfter schon, äh, ein bisschen Vergleiche angeschaut von Durchschnitts, äh, Preis für Dauerkarten, zusammen, glaube ich, irgendwo im Tabellenmittelfeld, höheres Tabellenmittelfeld in der Bundesliga, ähm, hier haben sich angeschaut, die teuersten Stehplatz-Dauerkarten in der Fankurve der ersten drei Ligen, also dritte, zweite, erste Liga, und da sind wir echt, echt gut weit oben dabei, ey, also wir sind auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auf Platz 10 mit durchschnittlich 13,38 Euro, also für einen Vollzahler pro Spiel durch die Dauerkarte im Stehbereich, ähm, und dann guckt die Bayern, da zahlen sie 9,71 Euro, ähm, Dortmund auch recht teuer mit 14,71, Aue am teuersten mit 15,16 Euro, irgendwo unter uns Mainz, 11,12 Euro, also jetzt alles keine Riesenunterschiede, ne, so aufs Spiel runtergebrochen, aber wir sind doch, ob das Dauerkarte angeht, generell, glaube ich, recht fair und recht in Ordnung, auch für die Arena und für die Stimmung und sowas, aber doch gleichzeitig auch im gehobenen Sektor, äh, der Preise, sag ich mal, das leider ganz schön weiter in das Thema Haupttribüne, ähm, weil da jetzt natürlich auch bestuhlt wird, gab es ja auch ein Bild wieder zu sehen, äh, also links und rechts quasi, Haupttribüne Unterrang ist schon weitgehend bestuhlt, was nicht bestuhlt ist, ist die Mitte und darum geht es hier, weil, habe ich auch immer einen Bericht gehabt, weil es so berichtet wurde, ähm, dass wir da gegen Bochum so 56.000, 57.000 Zuschauer ins Stadion können, dem scheint nicht so, das klingt jetzt doch nicht mehr so, ähm, weil, äh, freigeben sind in der Hinrunde die seitlichen Bereiche etwa ab Höhe des Strafraums, berichtet hier die STN, SCZ, ähm, und, äh, ja, für normale Tageskarten stehen im Unterrang der Haupttribüne dabei, der Bereich in Richtung Kanjola Kurve zur Verfügung, also quasi links von der Haupttribüne, ähm, Richtung Naturkammerkurve, also rechts werden die VIPs platziert sein, die in der Vorsaison während des Umbaus im Oberrang gesessen waren und die sind wiederum befinden sich künftig wieder wie zuvor Plätze für normale Tageskarten, weil Oberrang war ja eh nicht betroffen davon, aber, wenn man auf das Bild drauf schaut, die Mitte fehlt da halt komplett und ich glaube, dann gehen wir doch nicht so ganz auf 56.000, 57.000, wenn wir jetzt 47.000 hatten grob und da so links und rechts ein paar dazukommen, vielleicht schätze ich das einfach falsch ein, aber es klingt für mich nicht so, ähm, dass wir wirklich auf 56.000, 57.000 kommen, es war ja klar, dass wir zur neuen Saison oder so wird es auch berichtet, dass da die VIP-Plätze und so noch nicht 100% da sind, deswegen zieht die auch erstmal quasi nach woanders hin, auf der Haupttribüne scheinbar, wie berichtet wurde, die VIPs, ähm, aber es klingt eher irgendwie nach zumindest mal über 50.000, irgendwie, keine Ahnung, 51.000, 52.000, das ist auch keine riesen Unterschiede und ohne es die runterbewerten zu wollen, aber Haupttribüne merkst du glaube ich eh vor allem eher vom Zugucken oder vom Bild eben im Stadion, wieder ein volles Stadion, eine volle Haupttribüne, so einfach ein rundes Bild, aber Stimmungszentrum, sag ich mal, Stimmungszentren sind woanders als die Haupttribüne, würde ich damit sagen, aber nach so quasi fast vollem Haus sieht das dann doch nicht so ganz aus in den Zahlen, außer ich täusche mich da komplett, aber auf jeden Fall glaube ich wieder mindest, also das auf jeden Fall glaube ich, über 50.000 Zuschauer, die ins Stadion können gegen Bochum, Mitgliederverkauf läuft da ja auch schon, haben sie mal gerade aufgemacht, den Verkauf hier gerade und da, ja, sieht stark aus, sieht sehr, sehr stark verkauft aus, ist ja noch einige, einige Zeit hin, das müsste dann der 19.8. sein, gucken wir mal kurz den Kalender, ja, 19.8. ist das, also Kofi ist ja eh ausverkauft, daneben auf der Gegentribüne auch schon einiges, Richtung Auslandsblock natürlich noch ein bisschen was frei und der Türkammerkofi ist wirklich auch quasi komplett ausverkauft, Oberranken Haupttribüne gibt es noch, hier gibt es noch ein bisschen was, vor allem Richtung rechts gibt es einiges noch und sonst ein bisschen was im Unterrang links, wo man eben als, ich sage in Anführungszeichen normalsterblich an Karten kommt, Richtung Kanjana Kofi eben in der Haupttribüne links, gibt es auch noch ein bisschen was, aber auch nicht viel, so Plätze nebeneinander zwei, Plätze nebeneinander fünf, das ist schon ein sehr, sehr starker Verkauf bisher für das erste Saisonspiel gegen Bochum dann, davor ja auch wieder die Karawane, wenn alles läuft wie normal mit den Fans und auch hier, schöne Überleitung, Thema Fans, Spielverlegung Sheffield, fand ich ganz nett mit reinzunehmen, hat hier auch SCN berichtet, weil da geht es nicht um unser Spiel, weil wir spielen ja am 5. August ist das glaube ich, ja auch 5. August, glaube auch schon recht früh in Anführungszeichen, um 12 vor 45 oder sowas, bin gerade aber noch nicht sicher, gegen Sheffield United, den Aufsteiger in die Premier League, unser quasi letzten richtigen Härtetest oder letztes Testspiel dann eben vor dem Pokal die Woche darauf, in England leider, also wir haben diese Saison kein, ich sag mal, auf Galopp irgendwie gegen irgendeinen spanischen Topklub wie in den letzten Jahren mit Valencia, Atletico, Barcelona, aber interessant ist da, es reisen wohl irgendwie so ein paar hunderte VfB-Fans sogar mit dahin nach Sheffield und die wollen den FC Sheffield sehen oder auch Sheffield FC, das war der älteste Fußballklub der Welt und den wollen die VfB-Fans auch sehen, das spielt auch am selben Tag, ich hab gar keine Ahnung, welcher Liga oder sowas, aber spielt eben auch am selben Tag und so haben dann wohl einige VfB-Fans Mails geschrieben an den Verein, ob man denn deren Spiel nicht nach hinten verlegen kann, ich glaube von 15 Uhr auf 15.30 Uhr ist das jetzt und das wurde stattgegeben, damit eben der VfB von seinem Testspiel in Sheffield rechtzeitig noch rüber kann zum ältesten Fußballklub der Welt, irgendwie nett, das Testspiel vom VfB irgendwo bei Sheffield, ein paar hunderte fahren da mit, so gar kein großes Ding, sag ich mal, aber trotzdem, die VfB-Fans bewegen da vor Ort was, weil sie Bock haben, sich nach dem VfB auch noch den ältesten Verein der Welt anzuschauen, einfach Fußball, Fußball-Heritage, sag ich mal, sich anzuschauen und dadurch einfach bei irgendeinem kleineren Verein mit Sheffield tatsächlich sogar die Anschlusszeit verschoben bekommen mit irgendeinem anderen Ligenspiel oder vielleicht auch Testspiel, ich weiß nicht, ob der Jäger schon losgeht, wahrscheinlich schon, einfach verlegt bekommen, sehr, sehr wild, irgendwie eine geile Aktion und dann der letzte Punkt, Hype ist real, Hype ist da, es geht wieder los und das hat jetzt schon so dermaßen Bock gemacht, hier geht es gar nicht aufs Spielheim oder sowas, aber eben einfach als Aufhänger hier, gestern Abend, Hamburg-Schalke, 5 zu 3, Stimmungstechnisch, Stadion-Technisch, Vereins-Technisch, eigentlich ein ganz glasklares Erstligaspiel, aber eben sportlich nicht, aktuell, also von der Liga-Dazugehörigkeit das Spiel war schon ziemlich geil und das hat einfach Bock gemacht auf mehr, es hat Bock gemacht auf mehr als auch in der Zweitligakonferenz, wie gesagt vorhin schon Fahir angesprochen und dazu noch ganz kurz hier mit rein und noch nachgeliefert, nachdem die Aufnahme eigentlich beendet wurde von mir, Wahid Fahir hat getroffen, Wahid Fahir hat getroffen, 38 Minuten zum 0 zu 2 für Elversberg, mittlerweile steht es auch schon 1 zu 2, gleich Halbzeit hier, so wirst du auch, wann ich quasi aufgenommen habe oder fertig bin mit der Aufnahme, sehr geil, erstes Spiel, Elversberg, führt aktuell 2-1 in Hannover und Wahid Fahir hat getroffen, es geht wieder los, in zwei Wochen Pokal, in drei Wochen Bundesliga und dieses Spiel hat nochmal auch von einfach Stimmung her, was selbst über den TV rüberkam, macht das so unsagbar Bock und so unsagbar Vorfreude auf unseren Saison, auf unsere Saison, bin ja auch in Balingen sofort am Start oder in Reutlingen gegen Balingen sofort am Start, gegen Bochum am Start, natürlich logischerweise, ich habe richtig, richtig Bock bekommen, nochmal durch das Spiel gestern Abend, will ich noch mit reinnehmen und weil ich es auch schon lange nicht mehr gemacht habe, aber VfB News, passt ja auch hier dazu, wenn ihr die noch schneller mitbekommen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram, da bin ich mit der Insta-Story natürlich noch viel schneller dran als mit den Videos, ganz klare Geschichte und auch da tatsächlich sehe ich gerade, wir sind auf dem Weg zu den 2000 Followern, also auch da gerne, wer es natürlich getan hat, auch da natürlich kostenlos Follower werden auf Instagram, kann ich sagen, bin ich durch mit den VfB News, wie gesagt, doch länger als eine Stunde geworden, aber es gab einiges zu besprechen und glaube ich auch viel, viel Meinung dabei gewesen, gerade bei den Blöcken Mafropanos, Undaf und so weiter, dass wir gerne eure Meinung natürlich auch zu jedem Thema hier aus den VfB News in den Kommentaren da, bedanke mich fürs Zuschauen, natürlich auch immer gerne kostenlos Like und Abo der Lass, ganz klar Geschichte und bis zum nächsten Mal.